Das erwartet Sie bei uns. Bei uns ist alles auf der Leine, äh, unter der Linie. Denn wir sind eine klassische BTL-Agentur. Und das nehmen wir sehr ernst. Achso, Sie wissen jetzt nicht genau, wofür BTL steht. Raten Sie doch einfach mal. BTL steht für bitte täglich lächeln. Leider falsch. Nochmal. Bin total locker. Schon wieder falsch. Okay, jetzt dürfen Sie aber nur noch ein einziges Mal. Below the line. Richtig. Ich finde, wir sollten uns kennenlernen. Das können wir für Sie tun. Haben wir schon gesagt, dass wir eine klassische BTL-Agentur sind? Und dass wir unseren Auftrag sehr ernst nehmen? Dann wissen Sie ja, welche Marketingaktivitäten wir für Ihren Erfolg einsetzen. Richtig. Printanzeigen und TV sind es nicht. Stattdessen geben wir Ihr Geld aus für Events, Sponsoring, Promotion, Guerilla-Marketing, Sampling, Direct- und Cross-Marketing bis hin zu Design, Multimedia, Szene und Trendscouting und PR. Egal für welche Aktion Sie uns beauftragen, Sie bekommen immer eine maßgeschneiderte Lösung. Und die sitzt wie eine zweite Haut und hält, was sie verspricht. Versprochen. Wir über uns. Wenn Sie darauf warten, dass wir hier und jetzt unsere Kreativität bejubeln, dann kann das vielleicht noch ein bisschen dauern. Nur weil Sie das von anderen Agenturen so kennen, gilt das nicht automatisch für uns. Wir kommen ohne heiße Luft und lautes Blabla aus. Denn wir sind ideenreich, flink und flexibel. Innovation passiert dabei von ganz alleine. Da kann es nicht schaden, auch Ihre Marke im Kopf zu haben. Wenn Sie mit uns arbeiten, dann können Sie sich auf was gefasst machen. Zum Beispiel auf Zwerchfellentzündung, das kommt vom Lachen. Auf tränende Augen, das kommt vom Glücksgefühl. Und auf eine deftige Magenverkühlung, die kommt vom Staunen mit offenen Mund. Und bitte sagen Sie hinterher nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt. So arbeiten wir. Jede Agentur Ihr Spielzeug. Oder kennen Sie etwa eine, die keine eigenen Tools entwickelt hat, um in Verkaufsgesprächen mit potenziellen Neukunden zum Beispiel mit Ihnen zu punkten? Dann aber Finger weg und gleich zu uns. Wir haben die Brand-DNA. Die ist brutal ehrlich und aufschlussreich und findet garantiert das Gen, an dem Ihr Erfolg krankt. Ist das erst einmal identifiziert, können Sie die Tage zählen, bis wir Ihre Marke auf Erfolgskurs haben. Immer vorausgesetzt, Sie lassen uns hart am Wind segeln. Unsere Kunden. Ehrlich? Eine Wow hören wir ziemlich oft. Und zwar von unseren Kunden. Woran das liegt? Am Erfolg unserer Arbeit natürlich. Und daran, dass wir unsere Kunden wie Partner behandeln. In jeder Beziehung. Wir streiten, wenn es wichtig ist und geben nach, wenn es richtig ist. Wir fruchten und befruchten und legen Wert darauf, dass jeder zu Wort kommt. Und immer haben wir nur ein Ziel vor Augen. Ihren Erfolg und damit auch den unseren. Das sind wir. So sehen glückliche Mitarbeiter aus. Sehen Sie mal genau hin. Sehen Sie? Sehen wir nicht glücklich aus? Finden wir auch. Und wissen Sie was? Wir sind es auch. Wir dürfen spinnen und mit dem Kopf in den Wolken wandeln und machen trotzdem saugute Arbeit. Wenn das so bleibt, und das bleibt natürlich so, wird uns das Lachen nie vergehen. Unsere Tiefschlafgarantie. Mal ehrlich. Wann haben Sie das letzte Mal so richtig tief und fest geschlafen? Nein, nicht dieses Unruhige, von Albträumen geplagte Hin- und Herwälzen, das Sie Schlaf nennen. Wir meinen das sorglose, sanfte, traumumwehte Schlummern eines Kleinkindes. Sie können sich nicht mehr erinnern? Das haben wir uns schon gedacht. Wissen Sie was? Sie können das ändern. Ganz schnell. Sogar heute noch. Überlassen Sie uns Ihre BTL-Sorgen und wir sorgen dafür, dass Sie wieder schlafen können. Und trotzdem keinen Marketing-Trend verschlafen. So erreichen Sie uns. Wenn Sie Zeit haben, plaudern wir ein bisschen. Wenn Sie keine Zeit haben, machen wir einen Termin, an dem Sie Zeit haben. Sie erreichen uns unter Telefon 485 2244. Also, nehmen Sie den Hörer in die Hand und wählen Sie 01 485. Oh, ich glaube, wir müssen Schluss machen, das Telefon klingelt. Oder sind Sie das vielleicht schon?